Bewusst gemeinsam leben. Versteht sich als Drehscheibe für Veränderung in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Ja schön, schön. Bewusst gemeinsam Leben Manifest hast du gerade unterschrieben als Botschafter für unsere Initiative. Was verbindest du damit? Ja, das ist eine Freude. Freude, dass solche Dinge wachsen, entstehen, gedeihen, immer mehr Unterstützerinnen und Unterstützer bekommen. Das ist großartig. Es ist eine Zeit des Umbruchs und es liegt an uns, die Richtung zu gehen. Also dass sich vieles in Veränderung befindet, ist ja zum Greifen und es wächst Licht und Schatten und das, was man füttern, das wird größer. Wenn wir auf der ersten Seite stehen, wir wollen Schwermut, Angst, Neid, Wandeln in Leichtigkeit, Freude und Vertrauen. Das ist so das Ansinnen. Was braucht es denn dafür? Wo waren die Hebel? Ja, ich glaube, auf individueller Ebene weiß ein jeder ein Stück weit und eine jede, was ihm und ihr gut tut.